Ich heisse Sandrina und gehe in die Honnis Zoo. Was willst du in die Honnis Zoo anschauen? Einfach die Wildtiere. Was gefällt dir an diesen Tieren? Dass sie so schöne Muster haben. Ich bin Manuela Graber und gehe heute Multi-Reiten anschauen. Was gefällt dir an dem Multi-Reiten? Ich war zwar noch nie dort, aber ich glaube, mit den Rösschen arbeiten und so. Du reitst auch in deiner Freizeit? Ab und zu gehe ich reiten und ich liebe Rösschen über mein ganzes Leben. Ich kann euch den Menschen alle gemeinsam aus der Füße mit der Lütenbrücke sein. In der Kultuszehen ist das Leben ins Gewicht. Das Leben hat man auf einen Monzo-Reiten. Ich habe das Leben in den Kultus-Nachバイ. Ich habe das Leben und mit dem Kultus-Nachバイ. Ich bin ich angenehm. Aber das Leben hat niemand, um den Kultus-Nachバイ. Ich habe das Leben hat mich. Ich habe das Leben in der Kultus-Nach bookstore. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.